Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 1 oder auch Dawn of Souls. Wir müssen in die Terrorhöhle, wo wahrscheinlich der böse, böse Vampir uns wartet. Aber zuvor, Tarantel. Kampf. Ha. Direkt ergibt es, hä? Ah. Das, hä? Das kann man nicht wahr, dass wir direkt vergiftet sind. Der Papa nicht mal ich lange frage, vergiftet haben. La 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 la. A. 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 hat das an der ist das 2 wenn ich überleben und deswegen ist es auch gut ppppppppppp alle auf dem Baden auf Neuer er darf BAMS! Schafors schmeckt dir! MWA! AH! AH! So! Oh, es geht weiter! Oh, Momentchen! Das wird euch nicht schlecht! Weh, wenn jetzt in Palen, ne? Jawohl! BAMS! Bye-bye! BAMS! Da ist sie hier auf die Fährung! BAMS! 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 Dankeschön. Es ist aber anscheinend nicht so. Viel Damage machen die auch nicht, sonst soll man davon loshalten. BAMS! Dass das nicht reicht, ist mir klar. Ja jetzt das war es aber. Jawohl. BTF mit den Heal Gigas? die besorgen sind ein dann machen wir er hat den Angebot ausgehalten erlegt mich am Arsch hier aber das kann er nicht schaffen das kann er nicht kommen jetzt noch mal von daher was ist hier los das hat auch gehalten hatte was das und Gegner das Alter T T alle drauf Wahlen Heilige Muttergottes das war ein Schritt mehr machen oder so Alter war das der bei diesen vollkönigern gerade ja wohl 200 das war ja klar R. Geistert was soll das hier R. Geistert eine Fresse aber jeden so viel wie er sei erfahrung mit sich aber so jämmerlich ist an heute doch kann noch nie sein hallo ich werde zurück ganz ehrlich ich gehe wieder zurück ja und seitdem war jawohl das sieht geil aus hier Jumel, Jumel. Okay, alle auf einen drauf. Ich möchte hier diesen Partys schon ein bisschen was schaffen, ne? Also... Scheiße. Zäh! Frau meiner Fresse, ey! Bist du das so glauben? Da sind wir ein bisschen mit der Magie, bist du zu fast bei. So. Und einfach nicht, Kollegen. Sieht auch geil aus, ne? Der hielt hier. Das war dann so feller Kopf. Seht ihr das? Und seine Powerlochke. Ha! 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 Oh Gott! Wenn man einen Hinterhalt, da krieg ich's besonders... Spacken. Bist ihr? Feurer. So, ihr. Ihr Luschen. Ihr Halkverschnitte. Ja, kann man nicht wahr sein. Ist man doch fertig. Hallo, ihr lacht. Mwahaha! Oh mein Gott. Das ist doch für morgen, ey. Junge, Junge. Hier zu früh. Viel zu früh. Meine Frise kann ja nicht einfach drücken. Es kann noch ein bisschen schwer sein. Bitte sag einfach, du hast keine Lust mehr und gehst einfach. Das wäre das Beste, was du machen kannst. Oh! Ich gehe hier nie wieder lang. Ich gehe hier nie wieder lang. Ich bin beinahe. Ich muss jetzt eigentlich nicht anstecken. Der hat aber kein Problem. Aber der Rest geht alle auf einmal. Einfach. ZACK! Warum schon nach Waren so, Mann? Scheiße, ey. Komm weg damit. Was denn jetzt? Da überlebt er! Da überlebt er! Ich kann's nicht fassen, ey. Boah, Alter. Ja, Jack, noch ein Level? Dann ist es wohl programmiert, dass die hier einen ganzen Gang kommen. Mann! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Schauen wir mal. Beheilung. Schauen wir mal. Feuer auf dich, du Knick. Mensch, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Du bist kein Gegner, wo du wechseln. Bringt's das? Ne. War alle auf einen drauf. So, jetzt haben wir es aber auch. Meine Fresse. Ja, boot uns wieder ohne ein Level. Du heilige Muttergott. Das wäre das Beste, was man machen kann, ey. Eisra. Boah, Alter. Das ist so kassier. Ein ganzer Gang nur mit Kildgigas. Die Games sind enorm viel erfahren, wie ich das sehe. Aber, boah, ey. Boah, boah. Hammer. Also ein Fakt, ne? Also ein langer Fakt, wirklich. Ich will nicht überspielen. Ehrlich? Entschuldigung. Boah, das muss aber weg sein. Ey, das waren doch 200. Ja! Ist das wieder schee hier. Oh, zack, zack, zack. Mann, ey. Ich möchte aus diesem Gang raus. Lieber nicht versuchten. So, Otos und Doma, du mal Heura wieder mal. Mal langsam geht mir echt. Das sieht man hier aus. Das ist nicht gut, das will ich nicht so und, ne, naja, was soll man dazu sagen. So, ich suche es für euch. 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 Der gibt es ein mit der Wandenschwert. Und dann muss der Letzte auch noch verkaufen. Man soll irgendwie nicht machen. Ja, wo? Ach, bin raus. Scheiße, warte, titte. Was war das? Ich meine, hallo? Da ist ein ganzer Gang mit Helgigas, ey. Was soll die Scheiße? Heilige Muttergottes, die ja. Ganzer Gang mit Helgigas bei jedem Schritt, Mann. Welcher Gang, bitte. M21 alle, super. Da kommt man jetzt, hier kann ich schon. Helgigas. Oh Gott, Junge. Oh Gott, Junge. Ich hoffe, mir mal, das reicht. Das reicht schon nicht. Das ist gut. Das reicht aber. Das reicht nicht. Ach so ist das. Oh Gott, Junge. Oh Gott, Junge. Mein Gott, ey. So, das muss man mal aufpassen. So, so, so. Und so. Och, Lügen. Och, Lügen. Och, Lügen. Ja, ja, natürlich. Ja. Das läuft nicht ohne. Du musst es jetzt beenden. Boah, ja, ja. So, Moment mal. Gehe nach rechts. Oder raus. Ja. Moment mal. Ähh, wir haben Items. Tauschen. Augentropfen. Geht das. ja ja nicht gargoyle die schon mal als Gegner die kommen so bekannt vor ihr müsst bestimmt keine Blitze einfach zu viel Pokémons Prozent wir sind ein Gang weitergekommen das ist dann genug für den Part Leute man habe ich wieder viel geschafft Scheiße ja dann war bei jetzt jetzt mit Frau und dann muss ich es mal erledigen so guck mal was gibt es unten ich kenne die Glieder Nanakonda aber die ist doch sowas von gibtig Prozent 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 Barra war danach ist auch vor allem die zwei Männer so viele Gegner will ich nicht ist gut ja die Falle das war ja klar da geht es in Gang rein und lang komm so so und so wir schauen was aber auch ja auch direkt das ist das Beste was man machen kann ja scheiße bei bei raus hier und hier 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 da da ohne so so ich bin zu leise Leute ich weiß manchmal ist einfach zu leise ich kann nichts dran ändern manchmal achte ich nicht wohl eigentlich normalerweise laut genug reden muss aber was soll man machen was soll man machen da heilung und dann ist alles gut weg so so weinen so es ist auch der hätte so es gibt 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 er hat elementar er hat elementar Heilige Muttergottes! Wow. Wow, der hat reingehauen. Der ist feurer. Guten Tag, du denkst mit. Ja, genau 144. Was für Tauschen geht. Hallo? Weg. Ja, das stelle ich nicht weg. Komm. Oh Mann, es reicht nicht, das reicht nicht niemals. Mein Gott, jetzt für da gibt's die nicht, ich weiß nicht. Der hat aber rein, ne, die Garnakonda. Das ist alles nur für Geld. Geld mit dir, die will. Ey, sag mal, bis sie immer am gleichen Platz hier... Ja, das hält er nicht aus. Jack, yes, baby. Bei hier unten was, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Ja, doch. Wieder add elemental. Bist du der Crash doch? Ja, das waren Fehler. Ich bin nicht gleich wieder. Gonna. So, diese kleine Messerschin, das in Erd-Elemental drauf zu hauen hat natürlich auch sehr schlau. Ne, das ist alle drauf. Und so hat Jeff Zeichel, der hat das sett. das alles der Fahnden dort alter damit ich nicht mehr weiter spielen ganz ehrlich nein nein 2 3 ich schon eher einen Kahn ich hab rückkehrt gut zu bringen Romain Zwei Minuten tauchen! Sie sehen so süß aus! Ja, ich bin der Minuta aus! Ja, ich würde es für mich dann hier! Ja! Wohlgefährlichkeit! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye gleich? Jawoll! Und im Basteck-Level auf! Okay, bevor ich wieder weitermache! Wer ist die Party an dieser Stelle? Dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder! Also dann Leute, bis zum nächsten Part und ciao! Tschüss! 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 Tschüss!